Wir haben zwei Spiele gespielt. Was denkst du im Moment über das Team? Ich denke, über das Team hat es, das ist für mich persönlich, Es gibt viele neue Dinge, es gibt ein neues Team, ein neues Team, ein neues Team. Es ist ein bisschen anders für ihn, für ihn jetzt. Ich fühle mich einfach ein bisschen mehr Zeit, um zu verabschieden, um zu den Umwelten und zu meinen Team-Mates zu verabschieden. Ich fühle mich gut, aber es ist ein bisschen ein Verabschiedsgericht so far. Und jetzt wird New York kommen. Mit New York kommen, er ist überzeugt, dass es besser wird für ihn sein. Er ist über den J-Lag an dieser Stelle. Und ich bin besser, so far. Die Unterschiede zwischen der Major League Soccer und der Bundesliga? Die Unterschiede zwischen York und der Bundesliga. Die Unterschiede sind einfach die, dass in Amerika mehr die Athletik und auch die Physis mehr im Volk ausstellt. In Deutschland springen ja mehr aus der Orten raus und aus der Taktik. Die größte Unterschiede ist, wie die Spiele spielen. Hier ist es viel mehr über Athletik und die physische Kraft. In Deutschland geht es mehr über Taktik. Ich denke, die einzige Person innerhalb der Organisation ist Peter, der auf Deutsch spricht. Also haben Sie gute Diskussionen mit ihm gehabt? Peter ist eigentlich sehr schön. Ja, wir haben einen guten Grad zueinander. Es ist sehr, sehr wichtig für mich, dass er Deutsch spricht. Ja, das eine oder andere. Ich verstehe auf Englisch sehr viel. Für mich ist es halt meistens so, wenn Leute sehr schnell reden und mehr zu Deutsch dann verstehen. Peter hilft mir sehr und dafür bin ich sehr dankbar. So far, I've had a really good connection with Peter. I actually quite understand quite a lot of English. But I'm having trouble. If people speak fast or one more times, it's hard for me to understand it fully. In that way, I can't really respond. But Peter is helping me a lot. Paul, what are your thoughts about tomorrow's game? Did you grow up rooting for this team or what? Was denkst du über Spiele bauen und auch du aufgewachsen bist damit? Was denkst du für das Team? Ob du mit dem Team hier aufgewachsen wirst? Was denkst du für das Team? Was denkst du für das Team? Was denkst du für das Team? Ausständlich? FC Schalke. Okay. Für wie Schalke aufgewachsen wirst und was du mit dem gegen den Schuss bist. Also zum Spielen wollen, muss man sagen, in Deutschland ist Schalke im Lieblings-Team. Das ist unglaublich viel besser. Schalke ist schon so ein Ding, wenn man in Deutschland Fußballer ist. Und man kennt die Bundesliga dann an Marken auch Schalke. Und du glaubst, tolle Fans. Und ja. Mehr oder weniger, wen ihr auch mit Schalke aufgefahren? Schalke ist eine von Deutschland's top Teams mit vielen top Players. So, sie sind sehr gut in Deutschland. Sie sind sehr populär in Deutschland. Sie haben wirklich, wirklich gut Fans. So, living in Deutschland, growing up in Deutschland, und wir kommen zu einem kleinen Gerät, aus dem Kinegern. Okay. Anyone else? You good? Okay. Okay. So, wie sind die Woche in Deutschland? So, wie sieht das? So, wie geht's das in Deutschland. So, wie geht's das? Oh, ich bin jetzt. Ich bin jetzt. So, wie geht's das? Bis zum nächsten Mal.